so schauen wir uns mal die nächste welt an sozusagen wir nehmen mal die olymp arena als nächstes schaut mal eine ankündigung das gibt es doch nicht es geht um ein wettbewerb sie nennen die arena des olympes überlebensturnier die teilnehmer müssen an der mindestens lauf teilnehmen und sich dabei und sich dabei ausstechen hört mal auch der große held hercules wird natürlich nicht teilnehmen hier steht dass er noch nie besiegt worden ist klingt nach spaß sollen wir dich auch teilnehmen wird klar dass du das sagst bei ihm wettbewerb bist du immer feuer und flamme du wirst auch ohne uns mitmacht stimmt's genau dann müssen wir notgedrungen mitmachen warte mal hier steht noch mehr nur teilnehmer die im ersten lauf siegreich waren nehmen am hauptwettbewerb teil hier steht dass der erste lauf gleich davon beginnt woher warten wir noch auf geht's hey outside outside was steht denn hier hercules ist ein vorbild an stärke und demut der perfekte held er ist also perfekt mir brennt der hut wenn ich bloß an diesen kerl denke fange ich an zu kochen dann wird sie in die unterwelt verbannen für immer dafür hast du mich angeheuert das stimmt du bist mein mann cloud deine aufgabe ist es hercules bei den spielern zu besiegen sobald du ihn weich geklopft hast gib ihm den rest du das für mich und und du gibst mir mein gedächtnis wieder wie vereinbart ich gebe dir mein wort die arena des olyms die nächste welt interessant ist ausgerechnet die affenfiecher hier sind ich bin eigentlich von einer tatsanwild aber egal die weg die erfahrungspunkte danach die mit freeze zu bekämpfen ist natürlich eine blöde idee ah naja da kommt man trotzdem gut voran von daher geht das schon da kommt man Kaum ein Problem Und eine Karte gefunden Ich muss tatsächlich sagen, die Räume sind tatsächlich kleiner als in der Konsolen-Version Ja gut, andererseits ist es ja auch eine Handheld Wobei Ja gut, Spiele wie Smash with Spyro, die ähnliche Karten an sich hatten, hatten auch größere Räume Aber naja, es ist ein anderes Spiel Na wartet Ich mag diese Affen-Ginger absolut nicht Mensch, falls Affen sind Und wir haben Stufen abbekommen Verschnaufpause, okay Wie was das für eine Karte ist Okay, eins aufwärts Oder einfach nur eins Okay, lol Haben wir gerade gar nichts gemacht Wenn er bloß die Tür bewacht Naja Soll mir recht sein Danke, Wuffy Und dich jedenfalls Ich könnte ja mal, ja Das benutzen Also die Karten verstärkt Es gibt im Verlauf des Spiels noch andere Befehle Dieserlei Karten Hm, naja, sowas haben wir nicht Also was haben wir Nächster Raum Die nächsten Herzlosen Naja, das war natürlich die falsche Richtung Die Karten So, nächste Gegnerfeld für Gegnerfeld Raum für Raum Ich habe es vielleicht schon gemerkt, aber beim Weltenausfallbildschirm, das sind so Welten, die kennen wir natürlich aus Kingdom Hearts 1 und wovon Goofy gesprochen hat, der meint natürlich Hollow Bastion, aber kann es daran nicht entsinnen, weil es halt schloss den Fallens ist. Wer hier reinkommt, der vergisst nach und nach alles. Das fing schon an, als Sora, als seine, äh, Quatsch, Donald, als er seinen ganzen Zauber vergessen hat. Da fing es schon an, mit vergessen. Ja, ja, dieses Schloss hat eine Menge Geheimnisse, aber das tiefste Geheimnis liegt weiter tiefer am Schloss. Ich finde das Kampfsystem gar nicht mal so schlecht hier und auch die Idee mit den Karten ist irgendwie recht, ist recht nice. Ist echt recht, ist echt recht nice, die Idee mit den Karten. So, und wieder mal die Kartenpunkte gesteigert. Füge ich mal was hinzu. Ach, das war jetzt. Ist so schlau. Da geht noch was. Da geht definitiv noch was. Detomche! Hier! Hier! Ha! Fire! es gibt einiges jahren herzlosen in diesem raum aber sie sollten mal besiegen weil das sind ja kostbare erfahrungspunkte und die möchte ich nicht wirklich verschenken bzw liegen lassen der raum schon ein bisschen größer ich gehe mal bis zum nächsten cutscene raum wenn ich noch spiele und dann möchte ich die session erst mal ja zenden ja bett ich glaube ich Kämpfe, Kämpfe und noch mehr Kämpfe. Ich finde die Magie recht praktisch. Und ein schönes Feuer macht ganz guten Schaden. Ich glaube die Zipfel sind dadurch gewone-hitted. Eben, weil es Eisgegner sind. Diese nerfigen Autobampen. Ich mag diese Art von Gegner nicht. Mal schauen, wie viele jetzt noch auftauchen. Auf jeden Fall so einige bisher. Es gibt bestimmt noch was in den Raum zu finden hier. Was ich mitnehmen könnte. 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 Das ist eine Art von Gegner. Das ist ein Liebesgegneter. Wenn ich mitnehmen könnte. Mit der Affe. Ah, toll. Ja, also komm ich auch wunderbar vorbei. Ach. Diese blöden Autowampen. Macht einen Abflug. Ach, das war... ...blöd. Ja. Los geht's! Los geht's! Danke, Donald. Hier, Feuer! So, der wäre auch weg. Hm, Karte. Ach, stimmt ja, die gab's ja hier auch. So komisch wie ein Fässer... ...explodieren. ... ... Wo ist denn Mowgli-Punkte? Aha. Interessant. Da war ne Karte drin versteckt. Ist tricky versteckt, wenn man da... ...drauf springt, dass solche Sachen rauskommen. Das ist tricky versteckt. Kommen wir schon rein. Kommen wir schon rein. Nein. Kommen wir nicht. Ich muss vielleicht auch so ein spezieller Raum... Hm. Auch nicht. Ich halt mal zu dem Raum hin. Kommen wir da eigentlich schon rein? Ja, da kommen wir schon rein. Gut. Kommen wir da eigentlich schon rein? Größer als sieben. Ja, neun. Da war ein Katschen rum, wollte ich noch haben. Okay. Na, Nu, wo kommt ihr denn her? Ihr habt doch wohl nicht einfach den ersten Lauf geschafft. Na klar. Und jetzt gewinnen wir das Turnier. Dann seid ihr hier richtig. Obwohl ihr gegen Aculas keine Chance habt. Warum nicht? In drei Worten. Ihr seid keine Helden. Da erhst du dich. Stimmt. Das waren vier Worte. Nicht das. Ich meine... Wie sollen wir... Wie sollen wir beweisen, dass wir Helden sind, wenn man uns nicht lässt? Er hat recht, Phil. Sie haben die Vorrunde geschafft. Sie haben eine Chance verdient. Hm. Da hast du völlig recht, Herkules. Aber trotzdem. Natürlich können wir die Spiele auch speziell absagen. Absagen? Wozu denn? Vils erster Kurs war so schwer, dass niemand sonst geschafft hat. Stimmt das? Das ist doch alles paletti. Wir machen mit. Dann müsst ihr die Spiele nicht absagen. Was sagst du dazu, Phil? Okay, er hat mich überzeugt. Und so läuft's kleiner. Ich heiße Sora nicht kleiner. Ja, ja. Schon gut. Sora. Da du mit deinem Team und Taglers die einzigen Teilnehmer seid. Sind sie nicht. Die Spiele sind eine neue Herausforderung namens Cloud. Die Spiele haben eine neue Herausforderung namens Cloud. Je mehr desto besser. Jetzt werden die Spiele langsam wirklich sehenswert. Ich freue mich schon darauf, aber... Rechte nicht damit, dass ich Gnade walten lasse. Keine Sorge, ich kann einstecken. Geben wir unser Bestes. Genau. Okay, dann heißt es, er auf in den Kampf. Aber zuerst muss ich noch die Regeln erklären. Regel Nummer 1. Der zuerst durch den Nennerslauf kommt, gewinnt. Regel Nummer 2. Bei einem Gleichstand entscheidet ein Kampf über den Sieg. Regel Nummer 3. Es erlaubt den Gegner auf den Kurs zu behindern. Und Regel Nummer 4. Alle Herausforderer müssen ihr Bestes geben. So, genug Gerät. Auf die Plätze. Fertig. Los! Gut. Ich würde aber sagen, Leute. Wir machen in der nächsten Session von Kinemar. Bis dann. jornal zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.